Die Disposition ist für die Bestellungen bei den Industriepartnern bzw. bei unseren Lieferanten zuständig unter Berücksichtigung von Lagerkapazität, Preisen und auch Mindesthaltbarkeitsdatums. Disponenten haben wir auf allen Standorten der Kastnergruppe. Es ist natürlich auch wichtig, dass die Disponenten immer dort sitzen, wo auch die Ware im Lager liegt. Eine Herausforderung, der wir uns tagtäglich stellen müssen, ist die Kurzfristigkeit der Kundenbestellungen teilweise. Wir wissen ja auch nicht im Vorhinein, welche Produkte unsere Kunden für gewisse Festivitäten benötigen. Und dort versuchen wir, das bestmöglich zu lösen. Die Produkte, die wir disponieren, kommen aus dem Lebensmittelbereich. Und das Spannende daran ist, dass lebendige Ware ist und die von unseren Lieferanten frisch angeliefert wird. Und wir natürlich darauf schauen, dass die genauso frisch zu unseren Kunden dann ausgeliefert werden. Ein Disponent sollte gerne Verantwortung übernehmen, belastbar sein und sich den täglichen Herausforderungen stellen und am Ende des Tages natürlich auch Spaß mit der Verantwortung haben, die ihm übertragen wird.